Ich sehe auf die Uhr, die Nacht ist bald vorbei. Im Zimmer sind's 40 Grad, wolltest du nicht bei mir sein? Wo bleibst du nun? Schon wieder wart ich hier. Es sollte alles anders sein, besser sein, richtig sein. Warum machst du das mit mir? Ich sperr dich aus, verriebe meine Tür. Ich mach mein Herz aus, löscht allen Teil von mir. Darum soll es jetzt anders sein, als die Male zuvor.